Herzlich Willkommen hier zur weiteren Folge hier zum Marsch. Ich muss schon Dank fürs Einschauen. Eine kurze Bitte am Anfang. Ich würde mich freuen, ob in der eine mal einen kleinen Kommentar dran lassen würde. Einfach, hallo, du reißt schon. Es geht nur darum, das für den Algorithmus von YouTube mal ein bisschen nachhören. Und da entsprechend vielleicht bessere Empfehlungen für andere Fotoer hinzukommen. Also wer das gerne machen würde, würde mich sehr darüber freuen und ein dickes Danke dafür. Dann würdet ihr mir schon richtig helfen. So, weiter zum Thema Arbeit. Ich lass das düngen. Erstaunlicherweise die erste Reihe hat er nicht gemacht, aber in der zweiten Reihe. Wahrscheinlich werde ich die erste Reihe machen, ne? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ne, wir werden mal eine Fugusand in Richtung. Dings fahren und wir werden mal jemals Fuß. Wenn wir hier sind, den Traktor hier zum Hochzeug fahren, ne? Mal ein Klappen voratmen, ne? Einen Klappen. Ja, Sven habe ich ein paar. Vier Paletten sind fertig. Das ist nicht viel, aber gut. Ich brauche noch ein bisschen. Das wäre ja auch gedacht, dass die Stelle geht, aber gut. Na ja. Eber ist alles da. Paletten. Äh. Leer Paletten. Papier. Wasser. Und. Was fehlt noch? Eber was können die hier so zu machen? Ach, Sand und Kiesel total. Wir werden jetzt einfach hinfahren und mal ein weiteres Fugusand zurückgebringen. Aber wir haben einen Hänger von Hochflägen. Und diesen Rot gleich fahren. Die Auffahrt ist mit durch. Und wahrscheinlich werden wir noch irgendwo mit Grasmähen beginnen. Die Village. Ich habe festgestellt, wir haben unsere Heulackers noch voll. Wir werden erstmal kein Heu machen. Zumal ja auch die nächsten Tage wieder Regen angesagt ist, ne? Und daher wäre es ja blödsinn, wenn wir jetzt auf Biegen und Brechen unbedingt. Aber ich hätte mal die Dings draußen lassen, die Sehmaschine. Kann ich ja selber waschen, ne? Äh, kurz kurz belegen. Ich wollte gucken. Eigentlich sollte eigentlich Tiere okay sein. Ja, ist okay. Das ist nix rot. Das war gelb. Aber nix dramatisch. Also hier müssen wir die Kälber. Hier sind 45 Kälber. Die müssen da sein. Und hier. 0,7 Jahre alt. Die schweren von. Was ist hier schwer? 200 Kilo fast. Oh, 200. 0,8 Jahre alt. Das ist, äh, ne. Da brauchen wir noch ne Weile für, ne? Wir fahren jetzt zum... Ja, das komme nicht drauf. Wir fahren jetzt recht über Kiesberg und holen uns ne Fuche Sand. Ich bin gestern den NKW nicht, weil ich einfach nicht mit dem zweiten Anhänger da hinkomme, ne? Ich könnte auch ohne fahren, aber der ist ja auch so. Ich müsste mal anpassen, aber die Hänger sind zu groß, ne? Ich könnte nicht. Es gibt ja auch für Kies extra andere Anhänger mit, äh, Muldenkipper kann man sagen. Die, äh, weil Kies eigentlich und Sand sehr schwer ist, äh, kann man den Volumen eigentlich nicht den Hänger vollkippen, die die andere Hänger haben. Also das geht an sich bei der Größe nicht. Da gibt es Schwierigkeiten, weil die Masse zu hoch ist. Weil normalerweise darf Anhänger nicht über 40 Tonnen kommen. Während, ich habe zwar kein Führteil für LKW, aber ich habe da so allgemein so, äh, 40 Tonnen Gesamtgewicht oder pro Achsel, äh, das Gewicht, damit die, äh, Straßen nicht, äh, zu stark beansprucht werden, ne? Also, hm, denkt mir jetzt dafür nicht, äh, zu viel, äh, so ist das nicht so genau schlimm, aber ich glaube, die Gewichtgrenze ist nach oben, ist super begrenzt. Ich glaube, das sind 40 Tonnen. Aber hier in der LSA, ey, die Gewichtsklassen nicht so hundertprozentig genau. Aber gut. Ist halt ein Spiel, ne? Man muss es nicht so genau nehmen. Aber es wäre eine Variante, wo man sagen könnte, okay, weil wir es haben möchten, kann es so einstellen, ne? Gibt aber Mod dafür relativ wichtig. Aber da sind die anderen, die anderen Traktor, also die anderen Anhänger, die alle so groß sind, mit 70 Tonnen oder 100 Tonnen, gut, mit 100 Liter kann es sein, äh, schlichtweg zu schwer. Also, da würde jede Achse brechen, glaube ich. Aber gut. Ja, wir wollen das Spiel nicht auf die Goldwage nehmen, ne? Ja, heute ist, ja, Samstag. Ich werde heute noch die Folgen fertig machen. Die Aufnahme ist zwar sehr spät, aber war spät und, äh, dreiviertel eins nachts ist, äh, ich hab mit der Wachen dran gewöhnt. Äh, also, eigentlich, ich persönlich finde das blöd, wenn man so lange fliegt. Aber im Unterland ist vorbei, da muss ich doch ein bisschen früher, okay. Obwohl ich dann mit Spätschicht nochmal sagen kann, ja, das ist, äh, nochmal ganz gut, ne? So, da sind, äh, laut Anzeige 35 Tonnen, das ist okay. Aber jetzt, ich weiß nicht genau, wie hängen das auf und freien, also. Es gibt diese Anne Kipper, da ist. Aber das weiß er an sich, was jeder, ne? Wieso meine hier? So was hier in der Richtung, hier, und der Form her. Ne, hier, das ist eher die Form für Sand. Vielleicht das noch hier, aber das eher diese Größe, weil, äh, Sand ist ziemlich schwer. Und das wirkt sich dann, äh, negativ aus, ne? Oder so. Oder wenn sie Schotter raus, äh, bringen und so. Äh, das verbeult sich alles, also von der Anhänger, das ist, äh, ja, deformiert, ne? Weil es dafür nicht ausgelegt ist, oder? Ist ganz so genau, ne? Also, Beton und Kies sind voll sehr schwer, ne? Woanders hier, der Schotter und so, ne? Weil oft kommt es ja aus dem Kies weg, das ist noch nass. Aber dann ist doch halt das ganze Gewicht vom, äh, vom Wasser noch mit bei, ne? Und das ist dann unberechenbar. Aber gut, hier im Spiel, wie gesagt, ist das nicht mehr so dramatisch. Der Raps blüht noch so schön. Mal schauen, wann er reif wird. Aber wir haben den komplett behandelt. Ganz schön bleibt auf. Du, der ist fertig. Also mit der Lenkung muss ich irgendwas einfach, das ist ja so. Ach, ne. Was ist denn nur passiert? Muss man, ne, das Ding nochmal, äh, installieren. Mal deinstallieren und nochmal installieren. Auch einfach, äh, nicht schön. Irgendwie, 4% habe ich jetzt mal eingestellt. Aber trotzdem ist das, äh, schwammig. Oder wollen die mir auch nicht, äh, dass wir ein neues kaufen sind. Das wäre das Blödsinn. Zumal das neue ja im Prinzip keine, äh, andere Funktionen hat. Außer, äh, das Spiel, bringt das mit, ne? Also die Voraussatzmaschine. Da kann es auch nutzen. Aber, das ist ja nicht der Fall. Der LS ist halt nicht gewünscht. Vielleicht im neuen, aber man weiß es nicht. Und ja, an den anderen Lenkrad hier, für Radfugschaffler, ist ja, äh, im Meer der Bediene Katastrophe. Irgendwann muss ich machen, da kommt nicht hin. Da ist auch nicht genau, wo das liegt. Ops. Komm, mach die Straße frei. Also die sind hier immer leicht bekleidet. Keine, heh, Erkältungsgefahr. In Österreich haben sie jetzt die Ampel eingeführt, wegen, äh, der Bikobe. Aus China. Ja. Da kann man nichts zu sagen, ne? Böse Rachen gehen. Wenn sie alle näher zu Hause sind, dann sind arbeitloser. Dann können sie aussuchen. Quarantäne, Blödsinn. In der Grippe oder sowas. Also die Statistik sagt aus, es gibt keine Übersterblichkeit. Also keine. Das Kies voll. Dann ist voll. So. Was warten wir hier? So. Na gut. Dann haben wir was für das Landwerk, ne? Ja. Dann können wir halt mal an der U1 sein. Dann können wir nicht mehr hohes. Aber das ist uns heute nicht so wichtig. Dann schauen wir gleich, ob der entsprechend nach Zement produziert wurde. Geben wir mal auf 5. Dann wird er so nicht. Ich hatte nur weil früher mal kurz auf 30 eingestellt. Ohne Absicht. Sondern mehr für Zufall. Ich hab's vergessen, zurückzustellen. Na, fährt drüber? Nein. Kann man ein bisschen helfen. So. weiter ran. Der Sand. Kann nicht viel fehlen, ne? Haben wir. Das ist jetzt voller Genere 5. Großer Hinweis. Äh. Für den nächsten Livestream. Freitag. Der kommt ein bisschen später. Das zählt jetzt ab. Auch voll. Kann ich nicht. Und hat er die abkämpfende Seite irgendwo. Das kann natürlich sein. Nö. Auf der Seite. Okay. Dann kann er auch nicht finden. Wir werden noch eine Fuge herfahren. Beziehungsweise werden wir das herfahren lassen. Äh. Alt. Null. Und. Und. Beladen. Dann Kies. Abladen. Sand. Und. Sand. Dann können wir uns um den Instrument kümmern. Der Kipps fahre ich ab. Was ich weiß. Kann er kurz vorher. hier. Herschauen. Alt. Den werden wir mal. Hochfahren. Zu. Im Kiesel. Öl. Und mit. Den sind wir ab. Und fällt auf ein. Über. Na. Ich war da lang. Und. Und. Ich probiere es leider nicht so. Das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Das fehlt ja nichts hier. Aber halt. Du. 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 Und dann können wir mit anderen. Ergewähne her. Wir sind zu Ende fahren. Ich kann schon beginnen. Du. Was soll es denn auch für heute gewesen sein. Ich habe schon Dank für die Zeit schauen. Dann seid mal tschüss. Und tschau. Und. Große Änderung. Große bitte. Einfach mal hallo schreiben. Und kommentar. Was ist für die. Was ist für den Algorithmus von YouTube. Damit ich anderen Kanälen mir vorgeschlagen werde. Und. Bitte liken. Das hat mir keine. Kost nichts. Ist nur eine kleine. Geste. Und dann ist es auch nicht so schlimm. Ganz kurz zu klicken. Und mal. Es kann ja mal sein. Dass man mal vergisst. Das ist ja wirklich. Ich vergesse auch am Zimmer. Aber ab zu mal kurz dran decken. Da helft ihr mir viel. Und das hilft und die Wachstum vom Kanal. Und dann gibt es auch entsprechende Fortschritte. Bleiben Sie aber sicher. Aber es gibt welche. So. Dann mal schüttelte Fortschritte. Ja. Morgen geht es hier weiter. Mit. Puttenbald. Mhm.